So, und ihr werdet es nicht glauben, wir stehen jetzt hier im Regen bei Sonnenschein. Ich muss es euch mal zeigen hier. So sieht das aus. Das ist der Treffpunkt, das ist der Pharo, das ist das Meeting, das sind die Wolken. Und ja, es regnet, ganz einfach Regen. Gut, dass wir hier so ein schönes Dach haben. Ein Dach im, ja, was soll ich sagen, es ist nicht warm, es ist nicht kalt, es ist kein Wind, aber es regnet. Aber es hat ausgehalten bis zum Ende des Meetings, sage ich mal. So, vielen lieben Dank an alle und wir schauen, dass wir jetzt nicht zu nass werden. Ja, ab und zu kommt es doch mal vor, dass es hier regnet. Ich bin ja überrascht, ich muss euch erstmal, ich bin ja gar nicht mehr gewöhnt, hier irgendwo im Regen zu stehen oder Schutz zu suchen. Und das macht denen hier auch nichts aus. Nein, die... Ja, wir schauen jetzt gegen den Himmel. Aber es hat einen Vorteil, es wird wieder schön sauber. Wir haben ja noch immer noch den Kalima-Staub. So, ich würde jetzt sagen, jetzt reicht es für dieses Jahr. Ja, wir haben ja gerade hier Besuch gehabt, aus Playa de Inglis kommen, da muss es richtig geschüttet haben. Also wir haben hier, naja, ein bisschen mehr wie Nieselregen. Eigentlich können wir hier vorne um die Ecke gehen, ne? So, ich packe sie aus, das muss eine gute Kamera aushalten. Ja, es regnet richtig kräftig, aber ich sage, es hat ein Meer da vorne geregnet, hier am Pfarrhof, am Leuchtturm. Hier, ich fahre jetzt hier, ja, das heißt nicht, dass es nicht regnet, aber schaut euch das an. So sieht das hier aus. Aber nichtsdestotrotz, ich nehme euch noch ein paar Meter mit. Und vielleicht gibt es dann auch bald wieder Wasser im Barranco. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen. Ich bin auf dem Nachhauseweg pitsche nass. Also, das ist der Spruch, da bleibt kein Auge trocken. Und auch schon ein paar Wasserpfitzen hier. Aber was soll's, das ist eben so. Und wir haben ja noch Glück gehabt bis jetzt. Wir können ja nicht klagen. Ja, ich werde diese Wetteraktualisierung vorher geben. Und dann, später am Abend, wenn ich wieder trocken und warm bin, dann die Realität etwas später. Kommt also gleich. Ja, schaut euch an, hier hat es doch. Ja, und man sagt, man braucht hier kein Schutzblech auf dem Fahrrad. Nein, ab und zu wäre so ein Schutzblech am Fahrrad gar nicht verkehrt. Aber was soll's. Das trocknet auch wieder so. So, ich fahre jetzt hier nochmal Richtung Faro 2, der Blick hier in die Berge. So sieht das hier aus. Und jetzt sage ich hasta luego. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020